Hallo Luftfahrtbegeisterter! Du fragst dich vielleicht, wie du deine integrierte ATPL-Pilotenausbildung am besten abschließen und wie du an deinen verpflichtenden ATPL-Theoriekursen teilnehmen kannst. Ich bin hier, um all deine brennenden Fragen zu beantworten. Sobald du dich für unser Integrated ATPL-Programm eingeschrieben hast, gibt es zwei Schritte, die du unternehmen musst, um Pilot zu werden. Du hast nun die Möglichkeit, deine gesamte theoretische Pilotenausbildung von zu Hause aus zu absolvieren und dann in die Praxis umzusetzen. Der erste Schritt besteht darin, auf die Online-Kurse zuzugreifen und alle 14 erforderlichen ATPL-Themen sowie Online-Besprechungen, das Learning Management System und die Bristol Ground School mit der CBT Test-Datenbank zu besuchen. Der zweite Schritt besteht darin, sobald wie möglich in die Tschechische Republik zu reisen, da du dort deine praktische Ausbildung parallel zu deiner theoretischen Ausbildung absolvieren kannst. Du beginnst mit den grundlegenden Flugfähigkeiten, der Einführung in das Komplexe und das kommerzielle Fliegen, den fortgeschrittenen Flugfähigkeiten, dem Upset Prevention and Recovery Training und schließt dann die MCC- und JOC-Kurse ab und erhältst schließlich deine ETPL-Lizenz. Einführung in das Komplexe und Golden cinco Kurs Einführung in das Komplexe und die Z electione bei eleven Einführung ist das Komplexe, der característische Ausbildung agreements Wenn ja sie einem something sagen können, Und nämlichimum, Und vielleicht für den ganzenfenben im Gehirn,